In einigen Augsburger Stadtteilen türmt sich der Müll. Warum das so ist, das hört ihr gleich. Außerdem fragen wir uns, ob das 49-Euro-Ticket im Mai dann auch wirklich startklar sein wird. Ich bin Greta Prünster, es ist Mittwoch, der 22. März. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn der Restmüll einen Monat lang nicht mehr abgeholt wird, dann sammelt sich da einiges an. Das haben die Menschen in Göggingen und anderen Stadtvierteln erfahren. Durch den Streik bei der Müllabfuhr liegen dort nämlich immer noch sehr viele Müllsäcke auf den Straßen rum. Das Problem ist, dass zweimal ein Dienstag als Streiktag betroffen war, also der reguläre Abholtag unter anderem in Göggingen. Und dann ist ein eigentlich geplanter Nachlehrungstag auch noch ausgefallen, ebenfalls wegen des Streiks. Und als dann gestern die reguläre Tour wieder anstand, konnte nicht alles mitgenommen werden, weil es einfach zu viel war. Die Menschen in Göggingen und einigen anderen Stadtteilen sitzen also immer noch auf ihrem Restmüll. Heute wird die Müllabfuhr wieder bestreikt. Diesmal ist aber unter anderem Kriegshaber betroffen. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ist der Unmut über den Müllberg vor der Haustür groß. Unter anderem deshalb, weil für Müll, der nicht mehr in die graue Tonne reinpasst, zusätzliche amtliche Müllsäcke gekauft werden müssen. Ein Sack zu 70 Litern kostet da 5,50 Euro. Auch wegen des Gestanks und möglicher Ratten sind einige besorgt. Die Gewerkschaft Verdi wirbt für Verständnis und betont, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zustehe, zu streiken. Schon seit einiger Zeit ist ein Neubau in der Kahnfahrt-Gastronomie im Gespräch. Der würde die Stadt allerdings sehr viel Geld kosten, schätzungsweise einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Konkret geht es dabei um den Anbau, den die Eltern des heutigen Kahnfahrtwirtes in den 70er Jahren veranlasst hatten. Erst vor kurzem war der Stadt aufgefallen, dass es sich dabei um einen Schwarzbau handelt und dass die Bauschutzvorgaben nicht eingehalten wurden. Es fehlt zum Beispiel ein zweiter Fluchtweg. Das alles sei jetzt erst aufgefallen, weil Steine von der Stadtmauer heruntergefallen seien und das Gebäude beschädigt hätten. Dem Wirt der Kahnfahrt droht nun natürlich ein großer finanzieller Schaden, wenn er seine Gastronomie nicht betreiben kann. Deshalb wird fieberhaft nach Lösungen gesucht. Auch ein Mauerdurchbruch war im Gespräch, um den zweiten Fluchtweg zu errichten. Das geht aber wohl nicht, weil der Besitzer des Nachbargrundstücks Einwände hat. Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, eine schnelle Lösung zu finden, sodass der Betrieb für den Bootsverleih und die Außengastro ab 1. April zunächst unter Auflagen wieder stattfinden kann. Gerade in Zeiten, wo der Klimawandel immer bedrohlicher wird, kann man es sich eigentlich nicht leisten, mehr Bäume zu fällen als neu zu pflanzen. Genau das ist in Augsburg im vergangenen Winter aber passiert. Die Stadt hat jedoch eine Erklärung dafür. 950 größere Bäume wurden zur Fällung freigegeben. In etwa 300 Fällen waren es Bäume auf Privatgrundstücken. Die Gründe waren in den meisten Fällen Krankheiten oder Altersschäden. Während bei Privatleuten meist eine Nachpflanzung angeordnet wird, also für jeden gefällten Baum muss auch wieder einer nachgepflanzt werden, hat die Stadt selbst auf ihren Flächen rund 650 Bäume fällen lassen, aber nur etwa 300 nachgepflanzt. Das macht also ein Minus von 350 Bäumen in diesem Winter. Allerdings verweist die Stadt auf ein großes Projekt, bei dem mit einer Förderung vom Bund 1000 Bäume gepflanzt werden sollen. Außerdem will man sich dafür eine Strategie überlegen, dass die Bäume durch Regenwasser und nicht durch Trinkwasser bewässert werden. Auch das als Maßnahme gegen den Klimawandel. Ja, vom Klima zum Wetter. Heute erwartet uns starker Wind und zwischendurch auch Regen. Der Himmel ist größtenteils bewölkt, nur am Morgen schaut kurz die Sonne raus. Die Werte liegen zwischen 9 und 17 Grad. Ab dem 1. Mai soll das 49-Euro-Ticket gelten, aber es hagelt Kritik von verschiedenen Seiten. Verbände warnen vor einer Diskriminierung Älterer und der Augsburger Landrat Seiler sieht sogar den Staat in Gefahr. Mehr dazu weiß meine Kollegin Daniela Hungbauer. Hallo Daniela. Hallo Greta. Ja, wie gesagt, der Landrat Seiler sieht das sogenannte Deutschland-Ticket auf wackeligen Beinen stehen. Was genau kritisiert er denn daran? Er sieht nicht generell das Ticket auf wackeligen Beinen stehen. Er sagt auch, er betont auch, er findet das Ticket grundsätzlich gut. Er sieht den Start am 1. Mai tatsächlich auf überaus wackeligen Beinen stehen. Und er kritisiert vor allem die Planung. Er sagt, für so ein großes Umfang, für so eine umfangreiche Maßnahme hätte es eine deutlich bessere Planung gebraucht. Und Befürchtungen gehen natürlich vor allem in Richtung Finanzierung. Man weiß es, dass die allermeisten Kommunen aktuell wirklich eine sehr angespannte finanzielle Lage haben. Und zum Beispiel auch für ihn als Landrat, also für den Landkreis Augsburg, ist es natürlich ganz wichtig, dass wirklich alle Kosten, die durch dieses neue Ticket entstehen, verbindlich zu 100 Prozent vom Bund bzw. vom Freistaat bezahlt werden. Kritik gibt es ja auch von Seniorenvertretern. Was haben die denn zu bemängeln? Die Bayerische Seniorenvertretung, der Vorsitzende Franz Wölfel, spricht in der Tat von einem skandalösen und auch diskriminierenden Behalten. Und zwar deswegen, weil es ja immer heißt, man spricht immer von einem langfristig ausschließlich digital im Abo zu erwerbenden Ticket. Und das heißt natürlich, dass ich erstens muss ich ein Smartphone haben und ich muss mich natürlich auch mit Apps sehr gut auskennen. Und er verweist auf eine repräsentative Erhebung, wonach in Bayern nur 13 Prozent der über 65-Jährigen in der Lage sind, einfache Behördengänge online zu erledigen. Und das würde natürlich bedeuten, dass wirklich ein Großteil, also sprich 87 Prozent, dass Seniorinnen und Senioren in Bayern entweder gar nicht oder sich zumindest schwer tun, überhaupt dieses Ticket zu erwerben. Und da sagt er, das kann nicht sein. Das ist einfach diskriminierend und fordert, dass das Ticket genauso wie das 9-Euro-Ticket ganz einfach an allen Automaten auch zu erwerben sein muss. Man muss sagen, 49 Euro im Monat, das ist natürlich ein gutes Angebot im Vergleich zu bisherigen Abos. Aber manche Menschen können sich auch das nicht leisten. Was fordern denn Sozialverbände? Ja, Herr Wölfe bekommt Unterstützung von Frau Bentele, der Präsidentin des VdK, Sozialverband VdK in Deutschland. Und sie sagt, es muss auch ein bundesweit einheitliches Sozialticket geben, das nicht mehr wie 29 Euro kostet. Weil eben wirklich gerade Menschen, die wenig Geld haben, für die sind 49 Euro zu viel. Und es sind auch gerade die Menschen, die natürlich auf den öffentlichen Nahverkehr oft angewiesen sind. Von daher fordert sie ein bundesweit einheitliches Sozialticket für 29 Euro. Es soll ab dem 1. Mai an den Start gehen, das sogenannte Deutschland-Ticket. Das ist gar nicht mehr lange hin. Es bleibt also abzuwarten, ob alle Einwände und Bedenken bis dahin ausgeräumt werden können. Vielen Dank, Daniela, für die Infos. Ich danke dir, Greta. Und auch das ist heute noch wichtig. Nach der Einigung zwischen Großbritannien und der EU auf neue Brexit-Regeln für Nordirland, stimmt heute das Parlament in London darüber ab. Das neue Abkommen soll einen jahrelangen Streit beenden und den Handel zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs einfacher machen. Zum Schluss gibt's noch einen Fun-Fact heute aus dem Bereich des Sports. Profisportler sind im Internet oft Opfer von Beleidigungen, Hasskommentaren und Drohungen. Profifußballer wie Toni Kroos oder Niklas Süle haben in der Vergangenheit auch schon auf Hass und Mobbing im Internet aufmerksam gemacht. Jetzt gibt es eine Aktion von gleich drei Bayern-Spielern, nämlich Thomas Müller, Leroy Sané und Leon Goretzka. Sie lesen in einem Video echte Beleidigungen und Beschimpfungen von Internet-Usern vor. Ja, und da ist wirklich alles dabei. Von der Drohung, der Tourbus-Solle brennen über Hass gegen Menschen mit Migrationshintergrund bis hin zu Beleidigungen wie Halt dein unqualifiziertes Maul. Einige davon sind so schlimm, dass sie von einem Piepton übertont werden müssen. Ziel der Kampagne ist laut FC Bayern aufzuklären und Betroffene zu unterstützen. Ja, da können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir vom Nachrichtenwecker-Team bisher immer nur sehr nettes Feedback von euch bekommen haben. Wenn ihr etwas loswerden wollt, eine Idee habt oder vielleicht auch einfach nur Hallo sagen wollt, dann schreibt uns gerne an nachrichtenwecker at augsburger-allgemeine.de. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuhören. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag um 24 Uhr und mein Name ist Greta Brönster. Ich sage tschau, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de. Und dieht euch bis zum nächsten Mal. Das war es如何. claimed